So, Monti lernt Türkisch? Ne, das spare ich mir auf, wenn ich mal ein Video schneiden muss. Das will ich jetzt hier noch nicht gucken. Ich stelle es mir nämlich sehr verrückt vor. Oder meint ihr, oder ist es Pflicht? Safe, gönn es dir. Ach, okay, komm. Hallo und herzlich willkommen bei Deutsch-Türkisch, Lektion 2, Alltägliches. Wenn einer von uns dafür eigentlich, keine Ahnung, also Monti ist ja laut eigenen Aussagen hat ja ein bisschen türkisches Blut in sich, also vielleicht kann er das ja recht gut, ich weiß es nicht. Üçüncü etapta, günlük Sözler. Ja. Evet. Evet. Ja heißt evet. Evet. Oder ich sage einfach, das habe ich schon gelapter Mann. Oder wie Memo immer sagt, ok. Ja. Evet. Evet. Ja. Evet. Evet. Evet, gut. Nein. Hayır. Nein. Oh, Digga, das ist ja voll kompliziert, warum sagt man nicht einfach nein? Eieiei. Voll, Digga. Warum sagt man einfach nein? Damit hat er es einfach auf den Punkt gebracht. Damit hat er es einfach auf den Punkt gebracht. Hayır. Hayır? Nein. Hayır. Hayır. Ja, Bruder, ist schwer. Entschuldigung. 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 Ja, Bruder, ist auch schwer. Es ist schwer. Es ist schwer. fabelhaft harika harika wenn die abelhaft harika harika das kann ich doch wenn ich das nächste mal fünf köpfe behauptet zu meinem harika er sagt er was bitte bitte lüten 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 okay gut dann danke tische kühler danke danke tische kühler tische kühler danke aber es ist schwierig tische kühler das kann ich nicht gern geschehen gern geschehen die jahre der im das schwierige ist die aussprache die jahre der im rege kann ich aussprechen die jahre der im schwer war was leicht ist sehr schön sehr schön oder da sehe ich mich drinnen chocke soll sehr gut das kann ich chocke soll profi direkt direkt dings türkei reise daneben sehr schön in diesem video hören sie die drei stehnen hallo 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 guten tag ich spreche jetzt immer mal würden die wörter aus wie ich das aussprechen würde das ist witzig das übel witzig okay ich will ich glaube ich sag es vor monte oder guten tag guten tag ich spreche jetzt immer mal würden die wörter aus wie ich das aussprechen würde guten tag wörter aus wie wird es aussprechen wie wird das aussprechen digger ich bin ja okay ich bin ja ich bin ich sagst du noch mal bitte lich und lernt krass piccolinis ok nächste auf wieder oh hey spendy spendy hallo spendy junge das war auch das letzte mal dass ich mit spendy auf dem team zugechillt habe ok ich hab mal eine fresse Ja, wow. Gürüzürüz. Digga, wie willst du solche Wörter aussprechen? Das ist so kompliziert für mich. Ohne Scheiß, Digga. Das ist auch das, was mich wirklich aufregt. Die Familienseite von meiner Mutter. Erstmal meine Mutter nix Türkisches beigebracht haben und dementsprechend ich auch nix. Auf Wiedersehen, Gürüzürüz. Digga, ich versuch's einfach. Voila, Gürüzürüz. Auf Wiedersehen. Gürüzürüz. Alter, das war gar nicht mal so schlecht, Digga. Das war gar nicht mal so schlecht, Digga. Fortschritte. Das sind Fortschritte. Gürüzürüz. Man merkt, Seite der Mutter, mutterlichseits ist da einfach auch was am Start. Hat man sofort gemerkt. Das Problem ist, frag mich das morgen nochmal. Ich hab alles wieder vergessen, Digga. Nein. Hayır. Nein. Hajir? Hajir? Marcel, willst du noch einen Tee? Hajir? Hajir? Oh, Mann. Ja, aber der ist wieder der Tisch komplett kaputt gegangen. wounds, es wunderbar. Alright. Wirka juez ein bisschen mehr mit deminen Kranus. Wirka? Also was heute warstwahl? Frei? Warstuh. Ich mach Cranus. Wirka! Wirka? Bis zum nächsten Mal.